Das klingt nicht gut. Ich glaube, ich muss Ihnen helfen. Ich komme, Freunde! Ich kann nicht hinsehen, aber ich werde euch retten. Kommt! Einfach zu mir! Wow! Ihr... Ihr habt Haare? Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung? Findet ihr das nicht merkwürdig? Das sieht nicht sehr natürlich aus. Halt, 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 halt! Du bist nur neidisch. Neidisch? Dass unerwartet Haare auf euren Köpfen wachsen? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Solange wir nicht wissen, wo diese Haare herkommen, bin ich nicht scharf drauf, sie zu behalten. Sie könnten übernatürlich sein. Hey, Chester, du siehst gut aus. Fühlst du dich vielleicht besser, weil du jetzt auch Haare hast? Welche Haare? Wovon redest du? Wie kommt denn das passieren? Ich persönlich stehe auf Locken, aber wenn sie dir nicht gefallen können, will sie dir auch glätten. Es geht nicht um die Locken, es geht um die Haare an sich! Die gehen nicht weg! Jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit. Chester, was hast du mit dem Rasierer vor? Denkt nochmal drüber nach! Ich kann nicht hingucken! Chester, wie konntest du nur? Das war der einzige Weg, diese übernatürlichen Haare zu entfernen. Jetzt! Kommt her, ich rasiere euch auch. Wow, 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 wow! Darüber macht man keine Witze! Wir gehen bei Nicola! Wie ihr wollt! Ich sag's euch schon mal, das wird ein böses Ende nehmen! Das ist das neueste Hair-Tutorial! Und schon sehen eure Haare locker lockig aus! Jetzt der Lippenstift! Und als krönender Abschluss kommt noch die Nase! Was gucken wir da? Warte, das ist nicht das richtige Video! Hey, Hasi, guck mal, was wir mit diesem Haarzeug machen können! Ha, ha, ne Gel-Friese! Ta-da! Rock'n'roll! Wow! Bürstenschnitt! Uh! Tonfrisur! Ha, 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 ha! Oh Mann, die hören einfach nie auf mich! Und dann muss ich wieder alles in Ordnung bringen! Geh weg! Ha, 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 ha! Hey, Hasi! Hasi! Gut siehst du aus! Wow! Oh, ja! Wow! So stylisch! Wollt ihr beide denn gar nicht wissen, wieso ihr plötzlich Haare habt? Nein! Ah, ah! Oh! Oh, oh! Oh, wegen dieser Haare kann ich gar nichts sehen! Hm! Vielleicht sollte ich meine alte Band wieder zurück ins Leben rufen! Tü-dü-dü-dü-dü! Haha! Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü! Minas Dad hat jetzt auch diese Haare? Was bedeutet das? Das bedeutet, wir gehen posen! Freunde, ihr müsst damit aufhören! Glaubt mir, irgendwas stimmt hier nicht! Ha! Ha, ha, ha! Hey, Lugosi! Gut siehst du aus! Lugosi auch? Hosen! Ich versteh das nicht! Hey, Bro! Anki! Hey, Bro! 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 Große Friese, Bro! Sehen Sie nicht toll aus? Das ist lächerlich! Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst! Bis zum nächsten Mal!